Hey zusammen und willkommen zu Let's Play Battlefield 3 und zwar auf NoShark Kanäle, wo wir uns jetzt einfach spontan entschieden haben, und zwar mitten drin, weil... Hallo, wo kann ich nochmal Hallo sagen? Hallo? Weil die Runde geht es lang, um es nicht ganz aufnehmen, darum haben wir ihn jetzt einfach mit drin. Ah ja, der Manu und Janu sind auch noch dabei. Hallo? Apropos normal Hallo sagen, wenigstens sagen wir Hallo, Manu. Ah, ich bin gerade am Hallo zu sagen. Ich bin gerade am Hallo zu sagen. M4, M4, Magnum. Ah, ich kann nicht mehr reden, ein Magnum. Ah, da ist einer gemessert worden, der darf ich nicht. Probier ein bisschen was. Oh, ich helfe nicht mehr. Du musst gar L noch ein bisschen rum bashen. Ich spiele immer nur mit der MP7, weil ich so legewillig bin. Oh, da ist noch einer. Nein, fuck, da ist noch einer. M5K habe ich. Ah, ich muss einfach noch Gunmaster 5 werden, ich bin noch nie 5. M16A4, die ist schon nicht schlecht. A4, A4 ist der 3 Schuss, gell? Ja, A3 habe ich viel lieber. Nein, A4 habe ich lieber. Sonst verzieht es immer zu fest. Ich kann so nicht mit dem 3 Schuss. Du kannst nicht immer noch umstellen. Nein, du kannst nur 1 oder Vollautomaten. Sonst bei A3, oder? Nein, eben nicht. Es ist bei A4. Aha, nein, nein, sorry. Nein, bei A3 kannst du auch 3 Schuss. Ja, jetzt hilft es nicht. Farttest. Nein, 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 nein. Ich schreit der Medik neben dran, aber er ist reanimiert. Nein, nein, weißt? Ich glaube, ich nehme doch wieder die MP. Haha. Aber die UMP, mit der habe ich auch noch nicht viel gespielt. Ja, genau. Ja, nur ganz ruhig. Da, auf die Tür schlaufe. LOL, die UMP, die sind ja richtig beschissen. Ja, aber das ist geil, die macht irgendwie auf 10m 34 Schaddlepelschrugen. Schaddlepelschrugen. Lass, lass, lass. Ich bin so am Sprayen. F***. Das hat er mich verwischt. Wie? Wie 2% Leben überlebt. Genau, ja, schon ganz normal. Kein Problem. Ja, warum nicht? Das finde ich ja auch noch geil, dass man normal rumsecken kann, wenn man irgendwie 15 Schüsse oder so abbekommen. Ja, das ist nur real. Ja, das ist nur real. Ja, das ist nur real, Mann. Ja, das ist aber real, Mann. Ja, wenn gemesselt wird, wird einfach wieder animiert. Ja, ich denke, vor allem, wenn das Mod so zerfetzt wird. Ja, schon ganz. Ja, ja. Ja, okay. Du hast jetzt schon ganz, schon ganz Sinnen erlaubt, gell? Nein. P90 ist erlaubt. Ich sollte noch ein bisschen mehr Kills machen. Äh, P53 tun ich mal. Ja, die ist vorhin jetzt frei, schade. Ist die gut? P90 hat einfach recht lange zum Nachladen. Das ist ein bisschen Schwachtel. Nein, P90 hat einfach recht lange zum Nachladen. Das ist ein bisschen Schwachtel. Ich muss mal einen Schreck zu arbeiten. Oh, 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 oh. Oh, RPG darf ich auch nicht. P90 gefällt mir. Ich habe mit dem noch gerne viel gespielt. Ich bin jetzt gerade auf einem Fiefer-Killstreak. Das finde ich echt geil. Ah, ich hasse den, wenn wir nicht RPG oder so drauf. Aber manchmal ist Nets schon, aber... Darfst du nicht? Nein. Nein. Er ist ja gemein. Oh, fuck. Er kommt rein runter. Du, 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 du. Welche Waffen? PdW, er? Nein, nicht da. Das ist ein Schreck. SG553, gut. Was? SG553? 5,53. Das ist die Scheiße. Das ist durch, der Kollege. Du musst gut sein. Ja, gut, ja. Ja. Ja, ja. Ich finde es so. Was habe ich auf der PdWR für einen Schuss? Nein, ich fand ich aber... Oh, nein. Ja, jetzt beginnt es wieder zu liegen. PdWR ist noch geil. Mann. Ey, im Falle, ich glaube, das Game ist... ein bisschen... Oh. Oh. Oh, fuck. Nein. Ich habe gerade meine Tastatur zur Saal gemacht. Was haben wir... Ähm, ein Bild. Äh, ich habe einmal, ich glaube, drei Tasten rausgeholt. Mann, ey. Sorry. Jetzt ist kaltes Stammbild. Sorry für das... Loll, wo ist Numlok? Es ist Numlok oben rechts. Ähm... 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 Ja. Nein, oben links. Oben links. Und wo ist das komische Minus, das oben links auf der Taste ist? Wo ist die... Das ist oben rechts. Also weg. Gut. Ja. 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 Ich habe meine Tastatur auf die Poke geschossen. Ah! Das ist eine Drahtlose. Nein. Weil wenigstens dir bin ich. Das ist noch gabbig. Ja, aber das redet wirklich auf, wenn es die ganze Zeit konstant ist. Die Frames. Dann geht es plötzlich auf 1 oder so runter. Oh. Oh. Das ist doch nicht gabbig. Dum 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 dum. Oh lol. Sorry für diese kurze... Pausierung. Also es ist... Es ist ja auch jemand, der nicht pausiert. Ja. Loll. Ähm. Der hat mich jetzt sogar einen weggefetzt mit dem Zielfernrohr. Ah, der war aber nach. Der war doch nicht so skillig. Er war so nub, der. Doch. Fuck, ich kann mich nicht durchziehen. Ich finde nicht ihn hinauf. Ich finde den VPDWR auch noch nice. Sometimes. M4AE ist auch gut Ja die ist okay Scar L ist halt auch andere Scar H aber auch Scar Scar L ist halt für Sunny Ey für Light Ich hasse das weil es mich beim Gamer Nein man biesst So Ich wollte loswerden Manu ich habe dich gerade gerächt Und bin gestorben Merci Bitte Danke Chef Evo Ähm Merci Nein ich will nicht die Waffe wechseln Aber Merci So jetzt tust du mich nicht mehr wiederbeleben Nein ich kann mich nicht mehr überleben FAMAS FAMAS Die hat doch das geilste Ironside Ohja Ja Wow Wow Du siehst echt nicht Ja aber siehst du das Schau dir das an Ja ich weiss Das ist so gross wie das Arschloch Von einer Fruchtpfleige Ohja Schau dir das an Ja aber schau dir das Ja der hält das Nasenloch Das ist dir so lieber Ich sag jetzt mit der Rafika rum Rafika Fika 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 Wies Wies Na ja Wies Aja Fika Jetzt hat er mir den Magnum genommen Wir sind jetzt hier Es hat Es hat Kiała Du Ist Ja aber ich hasse Ich habe 3 Schuss Waffen allgemein nicht genutzt, außer die, die ich vorhin gesehen habe. Ah, der ist tot. M6A4 M6A4 Genau, M6A4 Ich meine, aber A nicht. Ja, ja, ja. Dann müsstest du ja die auch, finde ich. Finde ich aber nicht. Das sind nur starke Waffen. Ist M416 gut? Nein, das ist eben die, die du gesagt hast. Das ist die, die du gesagt hast. Was? Das ist die einzige 3 Schuss Waffen, die Uriashi gerne ist. Nein, M16A4, habe ich gesagt. Und was hast du gesagt? Das ist 3 Schuss. Das A3... A4 ist 3 Schuss zu... Nein, ich habe gesagt M416. Ja, und jetzt? Und jetzt habe ich gesagt... M416 vorhin M16A4. Ja, M16A4 ist 3 Schuss. Ja, aber... Ja, aber das ist nur die andere. M416. Ah, M... Okay, das wollte ich nur noch mal hören. M416. Das ist 3 Schuss. Nein, die ist... Nein, die ist... Eben nicht. Das ist die Äpfel. M416. Das ist einfach zu stur gewesen. Und M16 ist 3 Schuss. Er hat schon recht, der Fäbel. Ja, ich weiss, ich habe immer recht. Ja, ich bin super tolle du. Gell? Ari Hirsch. So, ich gehe jetzt alleine durch den Fäbel. Oh, der Tingerstein in irgendeinem Grund. Loh, ich habe ihn mitgenommen. Henry Awesome. Dann auch vielleicht wegen dem Namen. M416. Ist die cool? Er nimmt Alga3. Er hat 2 Schuss erst. Die ist noch geändert. 2 Schuss erst. Der Rest ist scheisse. Mit Alga3 sind klein auch noch viel rum. Dann probiere ich sie auch mal aus. Ja, ich habe... Oh, C4. Nein, C4. Ist die C4? C4 ist erlaubt oder was? Ja, es sieht fast so aus. Ja, aber... Ich habe gesagt mal... Du bist die Geschichte... Ich schaue das nicht mal, ich weiß nicht... Ja, aber du bist auch schon... after den... Er spricht hier. Du kannst es plötzlich blöcke. Blöck 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 blöck. Loh, du... Du hab mich schon getroffen. Du hast noch gar nicht zuvor, du kannst dich nicht nach die Brust wäre gekommen. Du stehst einen Brust, oder? Ja, Brust... Oh Pappy kann es nicht. Pappy! Das war nichts von uns. Jenny, was ist? Ah, du bist da vorne. Ja, ist ja gut. Ah, ich hätte gerne geholfen. Ja. Okay. Ähm. Gehen wir mal. G53, what the fuck. Was ist denn das? Es ist G53, genau. Was? Wo bin ich? Bist du Ingenieur? Ja. Ja. Ah, G3. Keine Ahnung, die ist... Wie finde ich die? So halb. Ja, die ist etwa gleich wie die FG553. Ja, vor allem hat sie auch ein schwules Ironside. Hm, es geht noch. Nein, finde ich nicht so schlimm. Das ist nicht viel besser als das von FAMAS. Boah, dann legt sie. Meine Tastatur muss jetzt wieder... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das macht mir immer noch Spass. Mach alle mögliche Waffen. ja Rhombus 12 Ich erzse, da haben wir ihn getroffen Yasiek oder Schneck zack oh fuck Ja, den haben wir auch bekommen, der Jasiek, der ist sicher ein Cheater. Ja, wo schon. So, der Januar da. Er hat mich schon wieder genommen, er ist 100% Cheater. Wer? Jasiek, weil er hat uns beide getötet. M4, ist die gut? Das ist gleich wie die M4A1, aber einfach die Dreischussvariante. Was? Ah, der Arsch bin ich, Mann. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ah, 91. Adios. Oh, lol. Du hast doch gesagt, sie sagt ja nur Scar-L. Scar-L, ja, Scar-L. Scar-Age ist geiler. Die ist ja, ey, sie ist nicht gut. Ja, die ist gleich wie Scar-Age, einfach hat sie das 30er Magazin. Nein, einfach nicht. Und von Reichweite weniger. Aber sonst ist es genau das gleiche. Also, du findest sie gut? Du findest das gar nicht scheisse? Ich gimme dir doch nie. Ey, ich traufe gerade gar nichts, Mann. Boah, wie ein Blinden, ein Hartöffel schiessen. Ein Blinden? Oha. Ich schiessen wie einer, der sehen kann. Ein Hartöffel? Ja. Lass, was Medic gibt es? Ah, fuck. Oh, da liegen ja drei, Mann. Jetzt hat mich ein Level-Azer gekillt. Level-Azer? Ja. Ein Laser? Der... Loppe? Der Jasiek, Mann. H-DZ. Der Jasiek, den Sieg. Oder? Wortspiel. Nein. Wahnsinn. Hä, wo war das Wortspiel? G36 zusammen? Da habe ich nicht noch viel gespielt. Das finde ich gar nicht scheisse. Das finde ich... Das ist ja die Sturmgewehr-Variante vom MG36. Aber das MG36 finde ich einiges scheisse. Das ist ja genau gar keine Ähnlichkeit. Sorry, aber... Mow. Nein. MG36. Und... Ähm... Aber... Sorry, wenn sie jetzt wieder... G36. G36. Äh... Ich bin egal. Was? Sorry. Was hast du gesagt? Sorry, ich habe mich gerade mit der Small selber gekillt. Du hast... Äh... Du... Äh... 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 G... Ähm... Ah! Wenn ich im Wagen bin, werde ich schlecht. G36. Der ist so viele gewaft... Ähm... Standard Sturmgewehr von den Deutschen. Das ist doch egal. Und das MG36 ist näher... Sturmgewehr-Variante... L-M-G-Variante... Maschinengewehr... Äh... Ja, das Grosse-M-G-Variante... Ähm... ...Variante. Für G36. So viel ich weiß. Wie ist die Scar? Ehm... Ey, bei welcher Klasse ist die Scar? Ähm... Schau. Scar H ist beim Menschen... Scar L ist beim... ...Medic. Los, ich tue ihn noch nicht so ein schwules Visier. Es ist Visier? Ich habe nicht mit dieser gespielt, ich habe früher viel mit dieser gespielt, aber das ist immer gerade nicht so Vor allem hat die geile Tarnig Dann wird die Messer Oh, das ist ein Feuerpudding auch noch Ich glaube es hat noch etwas mit der UMP, die man einfach viel kann Ich habe Beepot Drehgeschaltet Mit Pro UMP sieht einfach übertreiben geil aus Nein, ich habe... Fuck Ich bin tot Ah nein, ich bin nicht tot Ich scheiße mir eine Grenade vor die Füße Das ist aber zu dumm, wenn man zwei verschiedene Games spielt Ey, dazu werde ich schon wieder gemesselt, was ist das für ein Scheiss hier Ey Ey, alter Mann Bist einfach nie Ohh, dann kommt der von dort Mhm Mhm Himhihihihihihihihihih, D D ü d ü dienie ちゃичig Du Bist... Es ist ein SchockantMON, der werde ich tickt vielleicht eigentlich auch nicht Usas bin überpowered Überpowert Aber geil 13 jetzt muss es mit der G18 In der G18 Direkt zu defensiv Level 1 ist ein Gläser Sie kommen langsam ein Clip-Lub vor Nach Tööööööööööööööööhööööööön 10% macht euch immer Freude por 90% so Hey, wie lange ist das eigentlich? Das wird schon eine sehr lange Folge jetzt. Ja, es geht bis 650 Kills, glaube ich, und die Gegner haben 508 Kills. Boah, das ist der mythische Hännelie. Ja, der hat mich ja gerade auch genommen. Ja, der liegt ja unten. Der hat gerade 3 auf 1 genommen. Also fast gleichzeitig, also sogar auf Aufnahme. Das hat sehr komisch ausgesehen. Also auf Aufnahme, Mann. Nicht auf Videoaufnahme. Oh, Mann. Das ist scheisse. Ich bin der Durdenkirr. Oh, merci. Achtung! Das ist noch geil, wenn du halb über die Stücke gehörst. Ja, ich habe doch nicht gesehen, dass der von innen kommt. So gut. Ich finde die Sansi hier geil im Battlefield. Sansi. Richtig netze. Mann, genau. 50 Kills. Mann, genau. Noch mal runde Waffen wechseln. Auf. Mann. Peer 19. Peer 19. Peer 19. Peer 19. Peer 19. Oh, ich ver- ich ver- ich ver- ich ver- ich ver- ich pergiss gegen auf 2 Waffen zu wechseln. Der hätte man eigentlich gerade von Anfang an aufnehmen können. Scheisse mit Tod. Scheisse mit Tod. Scheisse mit Tod. Oh nein! Er ist dort am Campen. Schwarzling. Wir haben doch am Ehren immer Bruno zu senden. Weisst du noch mal? Mechal weisst du es noch mal? Ja. Das ist um die Nase zählt. Der ist im Fall wirklich ein bisschen blöd. Rain Camp bin ich sicher auch noch nicht lobt. Loll! Loll! Oh Mann, das finde ich nicht. Warte, ich komme! Ja, jetzt lag es. Geil. Spray! Und jetzt muss ich noch Kill machen. Da bin ich geil. Oh fuck, jetzt bin ich letztes Tod. Ja. 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 Easy. Die Tastatur wird ganz spielfertig. Gut, es hat Zeit. Das war alles im Spiel. Einfach nur ein bisschen schlecht. Abläufig. Einfach nur ein bisschen peinlich. Oh, ich habe eine Medaille bekommen. Cool. 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 Aha. Hör mal ruf. Manu. Das geht gut. Ja, dir. Ja, wir auch. Ja, gleich mal. Einmal so guter Spaß.